Rann an die Banane. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen. Wir sind auf dem Paruka-Weltfest mit 2022. Mein Name ist Marc Eggers. Rann an die Banane und rein ins Getümmel, denn wir sind auf dem Festival. Es geht los, Steve G. heute mit dabei. Eggert, da ist eine Biene. Guck mal bitte, guck mal bitte. Es sieht gut aus, es sieht gut aus. Da drüben geht's ab, wir sind so gefangen. In unserem Luxus hier. Aber Luxuskörper, wir beide, ne? Man kennt's, ich mach's jetzt nicht. Mach mal bitte. Krass, wir sind am Arsch. Komm, wir gehen. Man muss natürlich dazu auch mal sagen, erstmal ein dickes Dankeschön für die Einladung an die Veranstalter. Zack, 5 Stiff. 05 ist dann auch schon anstrengend. Carsten hinter der Kamera. Carsten, sag was. Hallo. Okay, ihr wollt ihn sehen, ich zeig ihn euch. Auf 3, 2, 1. Nein! Glück hat Dave. Ihr müsst euch die Scheiße mal angucken. Schöne Grüße an die zweite Mannschaft, ich hab morgen früh ein Spiel. Ich bin fit. So, Max. Einer der krassesten Künstler, die ich kenne. Okay. Wir blenden jetzt mal, das für meinen Rock, das kommt auch wirklich rein. Okay. Sag ich jedes Mal. Aber diesmal kommt's wirklich rein. Luca, Dave, das bitte mit rein schneiden. Ich schau mal, von dir die Streams guck ich immer. Auf Twitch. Auf deine Twitch Streams guck ich immer. Ich find's voll geil, wie du streamst. Auf Twitch. Kann mir ein Foto machen? Dankeschön. Stell mir doch ne Frage einfach. Ich kann leider nicht pushen. Stell mir ne Frage. Wir haben jemanden, der sich hier rein... Du wirst niemals reinfragen. Ich will ins Video. Der ungewöhnlichste Ort, an dem du Sex hattest. Wirklich. Eine Kiesgrube. Ehrlich jetzt. Hä, hast du's mal gehabt? Kiesgrube? Eine Kiesgrube? Das hier ist ne Kiesgrube. Du kannst heute Abend noch machen, wenn du willst. Gut. Ungewöhnlichste Ort, an dem du Sex hattest. Hey, wirklich. Ich hab Arsch bin, Digga. Oh ne, ohne Scheiße. Jo, das sagt er nur. Mach mal da. It's about drive. It's about power. We will stay hungry. We don't know. Hier spricht Mark Eggers, liebe Freunde. Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Straßenerfrage. Was war die heutige Fragestellung? Emily, ich habe eine Frage. Wo hattest du das erste Mal in Kassensex? Viel Spaß noch. Sandra, wo war dein ungewöhnlichster Ort? Nächste Frage. Röller die Banane. Wir stehen Wache. Wir haben Wache. Wir schauen, was du machst. Ey, ihr könnt von da schon mal gucken. Ihr guckt mal von da. Ja. Ich hab'n Puff. Und meine Puff-Mama heißt Leila. Sie ist schöner, jünger, geiler. Lalalalalala. Ich darf mich nochmal sehr schön auch bei dir bedanken, dass du uns gestern nicht geweckt hast. Ja. Außer auch vom Campingplatz kamen wirklich super viele Beschwerden. Leila ist auch hier verboten, das weißt du, ne? Lalalalalala. Ja. Wache, ich bin jetzt auch da. Oh, guck mal da, Digger. Ich werd' auch nichts trinken. Ich bin heute nüchtig. Ich trink' heute nichts. Ich hab' genug. Gestern genug. Ich darf nicht trinken. Heut' nicht trinken. Ehhhhhh. 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 P��로 Vakon. Ehhhhhh. Mibility to Kyler. M складii. I representation. Ehhh. Ehhhhhh. 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 Hobark. Ehh. Bилomack. Bunch. Bunch. Ich bin nicht Kettz, hier bin ich neu dran, da ist die Zukunft. Wo? Wo ist denn perfekt rein? Boah, ist schon geil, oder? Geile Video. Hör mal auf zu filmen hier. Mach mal hier ein Mikrofon ab. Wenn du das reinschneidest, wirklich, wenn du das, das Video reinschneidest, Podcast ist dann nicht mehr. Wer von euch kennt Dissys große Pausen? Ich will es. Du wüsst es, ey. Komm, der Gieber. Eine ganz kurz. Hast du so eine Szene geputzt? Ja, klar. Die Laune ist gerade zu schlecht. Das Ding ist gerade gut im Keller. Komm, das Ding ist gerade im Keller.